Willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir beim Gallen und mal gucken, was wir alles zu kaufen werden haben. Passt aber nicht zu deinem Bauchstift. Musst du dich da umsetzen? Ja. Einfach ein bisschen pauschen hier. Das ist gut. 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 So, und da ich ja sagte, fette Ausbildung, also hier habe ich einmal so ein Fliegensspray und so, dann hier ein Hofbalsam, das ist richtig süß mit dem kleinen Pony, dann einmal Maulbutter, dann hier ein Beere natürlich, dann habe ich mir einen schönen hofkratzer genommen gekauft, das ist ja meine Lieblingsfarbe, und hier eine Brüste mit dem Kamm, und gleich noch ein paar Gummis dabei, auch ganz süß, und dann als Geschenk haben wir hier eine Maske bekommen, die man aber leider nicht mehr tragen darf, da es eine Stoffmaske ist, dann hier, wie immer Leckerlis, also den Satz, also das war da alles drin noch, Werbung, und 15% Gutschein, eine Flasche, wo auch Alkohol drin ist, was ich jetzt nicht so schlau finde, weil wir hätten auch minderjährig sein können, also wir waren jetzt alle 18, aber trotzdem, dann habe ich mir Socken gekauft von Spooks, dann war hier noch eine Maske von Elz, ganz süß. . Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ZDF für funk, 2017